Hier haben wir noch einen alten Schemel, wie man früher eigentlich jeder hatte, kennt sicherlich noch jeder. Hier habe ich noch diverse Glasschütten bekommen aus alten Küchenschränken. Die sind immer cool, um uns sowas zu sortieren, dekorieren oder auch um mal einzutauschen, wenn jetzt jemand Schäppi-Fan ist und Schlüssel hat und sagt, ich hätte gerne ein paar Glasschütten. Dann eine ganze Sammlung Kassetten für einen anderen Freund von mir, der Kassetten sammelt. Hier haben wir so ein Barset mit zwei Geschirrtüchern noch original verpackt und noch eine Außenbeleuchtung in OVP. Dübel kann man auch immer gebrauchen. Dann haben wir hier noch einen Kruzifix. Noch ein bisschen Spielzeug für Erwachsene. Noch ein paar coole Kleinigkeiten zum Sortieren. Ein paar neue Nummernschilder für meine Decke. Ein Glas mit anderen Schätzen drin. Ein bisschen Werkzeug, diverse Mehrzweckstecker und Starkstrom. Na und wer von euch kennt noch diese Druckbleistifte? So Leute, und das aller aller allerbeste, das seht ihr gleich in einem Extra-Video zum Schluss, was ich gestern von meinem Freund Gummibärchen40 alles bekommen habe. Das hier ist auch geil. Ein Kellertierschloss. 1993 bin ich geboren. Zwei Jahre vor meiner Geburt wurde das ausgebaut. Das funktioniert tadellos. Einsteckschlösser braucht Ronny immer. Da auch nochmal ein ganz aktuelles von Schulte Schlagbaum. Elektronischer Türschließer. Haustür 5.04.2004. Der Firma Dörrenhaus. In einem super Zustand. Dörrenhaus-PZ-Schlösser. Zwei Stück original verpackt und nagelneu. Ein kleines Werkzeugset für die Hosentasche. Und hier nochmal ein richtig geiles altes Einsteckschloss mit einem traumhaft schönen Schlüsselchen. Wie geil! Ein kleines Taschenmesser für die Backpfeife von TikTok. Eine Flügelmutter tatsächlich aus der DDR. Diverse Türgriffe und Blenden. Hier haben wir die Blenden und dazu habe ich auch die Griffe. Also hier so richtig tolle Designs aus den 50er Jahren. Richtig, richtig cool. So und hier haben wir die ganzen Griffe zu den Blenden, wo ich euch gezeigt habe. Alles schöne Drückergarnituren aus den 60er Jahren. Und gleich kommt das Beste zum Schluss mit noch einem großen Dankeschön-Video an Gummibächen40 aus TikTok.